Bilanzierende Nägel Hallo, könnt ihr ein Dutzend Nägel auf einmal bilanzieren? Das sieht unmöglich aus, ja? Eigentlich ist es einfach, sehen wir. Legt einen Nagel auf den Boden. Dann stellt die anderen Nägel quer mit dem Kopf des Nagels nach links und nach rechts. Folgt die Reihenfolge so, dass es gibt vier Nägelspitzen nach links und vier nach rechts. Schließlich legt der letzte Nagel auf die Oberseite des ersten. Die Köpfe der gekreuzten Nägel werden zwischen dem ersten und dem letzten Nagel eingeklammt. Hebt die Montage vorsichtig auf und legt sie auf die Oberseite des vertikalen Nagels. Sie bilanzieren wunderbar und ohne Problem. Ihr könnt auch diese Montage schaukellen. Schöne gut, habt Spaß, tschüss!